So, es liegt jetzt wieder, jetzt hast du auf einmal wegen Bauarbeiten, erstfalls wegen Steuwerk, jetzt fallen uns gerade wegen Signal und jetzt hast du wegen Bauarbeiten. Hey Leute, was stimmt denn jetzt? Also manchmal muss man schon echt zum Wahnsinn, also da versteht man die Logik wirklich nicht. So, Güterzug nach Österreich. So, Güterzug nach cookies, clicking's. So, Güterzug nach�ng promettet. So, toll. So, Güterzug nachуй. So, Güterzug nach vorne. So, Güterzug nach oben. Untertitelung des ZDF, 2020